und da sind wir wieder back bei fallout ich habe in der letzten folge festgestellt dass dass das radio natürlich jetzt nicht so klug ist auf youtube bezogene weil weil die lieder ja meistens copyright geschützt sind ihr wisst bescheid ich glaube man konnte feststellen dass bei der dritten folge oder bei der vierten ne bei der dritten da habe ich meine da habe ich einen song ausgenommen im nachhinein da wird dann glaube ich die stimme ziemlich krepelig also ich werde das radio in kleider auslassen müssen weil ja ich sonst probleme bekomme aber sonst passt alles ab jetzt werde ich auch warte kurz erstens mal wollten wir oder wolltet ihr die dialoge sehen die anzeigen aber nicht genau dialog untertitel ich kann das einfach mal ausschalten einschalten allgemeine untertitel ne das wird glaube ich abfacken wenn das ständig alles mögliche aber dialoge sind glaube ich nicht schlecht ich mache das mal kurz so speichern ja das wollte wollte dass man das mitlesen kann minute man reise ich jetzt etwas zurück in der zeit die menschen innerhalb einer minute zu beschützen ist nicht das war die idee also habe ich mich ihnen angeschlossen um was zu bewegen aber alles viel auseinander jetzt bin ich anscheinend der letzte noch eine minute man und ich lese ab jetzt auch alles wirklich feste vor in der zweiten folge habe ich es nicht gemacht leider war die erste folge dann noch nicht online ich wusste nicht dass ihr eigentlich komplett einstimmig oder voll ihr steht alle dahinter dass ich es eben vorlese und finde ich auch nicht nicht schlecht also deutlich besser wie dieses ruhige wenn ich da einfach sitzen ist für mich lese das ist irgendwie schwachsinnig ja ich höre was du sagst die ausraste direkt wer sind diese leute wer sind diese leute leute die nach einem neuen zuhause suchen einem neuanfang ich bin seit quincy bei ihnen lexington seine zeit lang gut aus aber dann haben uns die ghule vertrieben vor einem monat waren wir zwanzig gestern acht heute sind wir fünf nur ich die longs marcy und june auf der couch sitzt die alte mama märchen und das ist stürches hallo stürches äh ghule klingt hart tut mir leid klingt hart danke es ist schön jemanden zu treffen dem es nicht gleichgültig ist wir dachten concord wäre ein sicherer ort die raider sind der gegenbeweis aber wir haben eine idee wir haben eine idee ok taugt hoffentlich was ich eine gute sagst dem dach ist ein abgestürzter vertibird alt vorkriegszeit hast du vielleicht schon gesehen sieht aus als hätte einer der passagiere das richtig tolles zurückgelassen eine komplette unbenutzte t45 power rüstung fürs militär nass fucking nass klingt nützlich ist ein heftiger schutz es wird noch besser mit dem anzug kannst du die minigun direkt vom vertibird reißen dann bekommen direkt vielleicht müssen wir doch diese andere option noch hinzuschalten allgemeine untertitel vielleicht zählt er als allgemeiner hanswurst mal gucken jeder eine expressfahrt karte in die hölle was meinst du irgendwie nicht ja minigun und ich kann die minigun benutzen wie ein gewehr warum nicht die hat einen manuellen abzug auf die bösen und lass sie im kugelhagel sterben und die rüstung die hat keinen saft wahrscheinlich schon seit 100 jahren sie kann mit energie versorgt werden aber wir stecken fest ja ich helfe gerne wenn ich kann du brauchst einen alten vorkriegs fk einen standard fusionskern eine hochwertige langlebige atombatterie wurde damals vom militär und einigen firmen verwendet und in meiner hosentasche ist ein sicherheitstor also ich repariere sachen fast umgehen von sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein metier du könntest es probieren ja habe ich ja ich habe mir den fusionskern schon geholt kann losgehen na dann okay vielleicht ist uns fortuna doch mal holt steckt den kern in die power rüstung und schnappte die minigun dann sehen die raider dass sie sich mit den falschen angelegt haben viel glück sehr schön sehr schön hund hallo hallo ist ja schon gut warte mal kurz hier ist ja enthält das holoband spiel atomic command sehr cooles spiel macht wirklich brutal spaß wir nehmen uns das ding mal mit so ich weiß nicht ob ich auch direkt ausräumen sollen kann ich mich hier mal obala kann ich mich hier mal vielleicht dran stellen dann kommt wir müssen ja mal eben den pc hacken weil da kriegt das nicht hin wir waren ja sehr gut letztes mal ist ja noch holz ein treffer looks ein treffer ich gehe davon aus dass das es hinten stimmt beziehungsweise ja das es wird es sein cool sicherheitstor entriegele entriegele gut gut und jetzt da war noch ein punkt protokolleinträge unsinn außerhalb der öffnungszeiten es ist ja hier ein museum genau zum letzten mal die rot drücke in den dioramen sind keine spielzeugsoldaten und das wird außerhalb der öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt bei zwei von ihnen ist schon die farbe abgekratzt und heute morgen hat bei einem der fußsoldaten ein arm gefehlt dieser unsinn wird nicht länger geduldet jeder der dabei erwischt wird wie er mit den soldaten spielt erhält eine abmahnung bekommt eine stunde vom lohn abgezogen und muss für die schäden aufkommen chef kurator harald das ist doch der harald menschen kakerlaken im keller fück jemand vom hausmeisterservice muss sich mal im keller um diese kakerlaken probleme kümmern macht das jetzt ganz still und leiser während das museum geöffnet hat diskretion hat oberste priorität wir können es uns nicht erlauben das museum schon wieder zu schließen ich frage mich wie lukrativ so ein museum überhaupt ist und das ist auch nicht hinnehmbar dass ein mädchen eine kakerlake in ihrem haar findet während es etwas über besteuerung besteuerung ohne vertretung erfährt okay die situation muss bereinigt werden sofort der harald schon wieder aha der harry der die harry anchorage ausstellung nach dem treffen mit dem direktor und dem stiftungsrat habe ich leider schlechte neuigkeiten zu verkünden unsere geplante anchorage ausstellung wurde auf unbestimmte zeit verschoben das museum verfügt derzeit einfach nicht über die mittel um die umbauarbeiten zu finanzieren die für einen so ambitioniertes projekt notwendig wären ich möchte mich aber trotzdem beim kuratoren team und den service mitarbeitern für die bisherige arbeit bedanken herald gut gut letzter eintrag samstag 23 oktober ich glaube das war kurz bevor alles um die ohren flog mein name ist megan hayes oder vielleicht schon danach halt was für ein jahr war das ich bin einer der museumsführerinnen hier museum der freiheit in concord ich habe solche angst als die leute die blitze gesehen haben sind als sie alle abgehauen selbst mr nash was harald er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen arsch nein er heißt harald und dann ist eins dieser helikopterdinger der armee ins dach gekracht ich habe soldaten gesehen aber die sahen ziemlich fertig aus ich habe mich einfach vor ihnen versteckt ich bin erst seit einem monat in messitz ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht wo ich hingehen soll ich habe das schloss am schreibtisch des kurators abgeschlagen und mir seine waffe geholt ich werde mich ein paar tage in einem der räume verstecken bis sich alles wieder etwas beruhigt hat da kann sie echt lange warten wenn das hier jemand liest dann kommt mich bitte holen aber wenn ihr versucht mir weh zu tun dann erschießt ich euch fuck ist die total outraged diesen bleistift mal mit für alle fälle zum kämpfen vor kriegs ja 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 doch mit der ist also dein hund aber er ist nicht mein hund nein doch mit ist absolut eigenständig einen solch freien geist kann man nicht besitzen er sich seine freunde aus und bleibt bei ihnen so wie bei dir ich habe es gesehen gesehen ja ja natürlich das sind die kämpfe kind der war lag wieder ein der alten mama wie das dritte auge schon seit ich denken kann das dritte auge das ist unglaublich ich kann ein bisschen von dem sehen was war und sein wird und sogar von dem was gerade ist jetzt gerade sehe ich dass etwas kommt angezogen von dem lärm und dem chaos und es ist wütend was gibt es was ist es mama murphy ich muss noch mehr wissen bitte kommt mir leid sagt aber ich weiß es nicht das dritte auge sieht nicht immer klar aber glaub mir ein raider ist es nicht ach verschöße mama murphy aber jetzt bin ich ach fuck wenn ich wenn ich runter drückt dann breche ich den dialog ab aber gut sie war ja eh ver wackelpuppen nett nett deine warnung wurde dauerhaft um eins erhöht das können wackelpuppen unter anderem schaffen kann der auch was sagen sonst also der loop mister okay bla 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 der wiederholt sich ja der mister was kann die alles klar gut ja gut da gehen wir einfach weiter ich speichere hier mal richtig ab ihr wisst ja wie der hase läuft speichern ist das a und o in so einem spiel sonst sterbt er direkt und seit dann tot das logisch und deswegen dran auch schön die a fuck ich bin ja überfüllt das ist natürlich jetzt herrlich ne schon herrlich hilfsmittel diverses schrott würde ich natürlich gerne in unsere dinger rein zahlen ne komm wir können auch hier noch was wegschmeißen gut zeig was jetzt habe ich das angezogen warte mal mit r ne muss ich das so ne so ja genau so geht's ok jetzt müssten wir schon wieder laufen können ja exactly exactly gut da ist schon ein stück vom vertibird da geben wir nur die batterie haben wir ja schon die kammer kann unter verschießt strahlung die für menschen tödlich ist aber gegen fast alle coolen roboter und öl und kreaturen nichts ausrechnen kann unglaublich frau hansen voll selbst zusammengefuchtelt das ding das kann doch nicht funktionieren aber schon irgendwie auch schick also muss man ja schon lassen da steht die power rüstung also für alle die vorlaut beziehungsweise das ganze den ganzen kram nicht kennen das ist power rüstung total krass da ist ein log das gehen wir direkt wieder ja persönliches log stoff sergeant michael daly united states army am samstag den 23 oktober ist unser vertibird auf dem weg nach west stockbridge auf das dach dieses museums gestürzt die ursache ein elektromagnetischer puls als folge einer atomaren explosion mehrere explosionen um genau zu sein anhand der meldungen die ich aufgeschnappt habe kam es wohl überall auf der welt zur detonation unser co-pilot wurde beim aufprall getötet der pilot ist einen tag später an seinen verletzungen gestorben am nächsten tag wurden flority und kanava von ein paar verängstigten verzweifelten überlebenden erschossen danach ist brosanski abgehauen hab ihn seitdem nicht mehr gesehen fuck ja power rüstung reduzieren den schaden den du gegenrecht angriff man nimmt und verhindern schaden durch stürze halte eh um zu verlassen ok wow 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 ist jemand noch immer auf dem dach alles klar nehmt es aber ruhig mal in die hand oh ohne faden kurz dann ok ich mach das mal einfach so aus der hüfte hehehe Idee zerlegt für das coming world ah! der ding schießt mit hier der kollege ne alles klar haha was Ich hol's voll drauf. Ich geh einfach runter, oder? Oder war's das schon? Ja, komm. So, mein Sohn. Dreh ruhig mal an. Jetzt werdet ihr hier nicht zerlegt. Bin geblieben. Krass, Mann. Was hat er denn so viel? Achso, das war einer mit richtigem Namen. Der hat natürlich... Das ist ein Anführer. War ein Anführer, ganz klar. Ganz klar, war ein Anführer. Nein, nein, nein. Alle down, alle down. Das waren doch irgendwie... Das waren doch mehr, oder? Da hab ich jetzt gerade falsche Erinnerungen. Ich könnte schwören, hier waren überall welche gesessen. Wie gesagt, das verschwimmt alles so ein bisschen. Das ist einfach schon ewig her. Vor allem der Anfang ist natürlich ewig her, dass ich vorhin mal von Anfang an gespielt hab. Ah, fuck, ich erinnere mich. Oh, God, shit. Wo ist's? Oh, fuck. Doggy, schnell. Doggy. Fuck, ich muss nachladen. Ja. Der robbt erstmal... Was, hat er gerade den Hund? Er ist in... Der Hund ist in Schwierigkeiten. Ja, lauf mal gegen das Auto. Sehr, sehr gut. Das war natürlich... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, God. Oh. Ach, du Scheiße. Das war schon fucking knapp gerade eben, oder? Komm schon. Hab mal Fokus auf jemand anderen. Das ist ja eh gleich da. Der, der, der krampte... Oh, God. Äh, sind wir aber nicht geliefert, oder? Ne, sind wir nicht. Easy, easy, easy. Komm. Auto, flieg in die Luft, damit das Ding... Hahaha. Hey, keine Idee. Okay. Ähm, noch geschwindet die paar Schniedelwürste da abziehen. Raiderline, komm. So, Hundi, komm. Wenn dann alle Feinde besiegt sind, dann stehen die Kollegen eigentlich wieder auf, wenn sie... Doch nicht? Eigentlich heilen die sich dann mehr oder weniger von selbst, aber... Doch, da ist er wieder. Dark Meat, follow me, Dark Meat. Kann ich auch hier Leute... Ah, wir sind ja eh voll. Wir können jetzt erstmal nichts aufheben. Wir sind ja voll. Das ist natürlich wenigstens. Todeskrallenfleisch. Das ist natürlich lecker. Das ist natürlich lecker, sowas. Ja, wisst ihr was? Ne, halt, wir können jetzt ja mehr tragen. Wir können jetzt mehr tragen. 310. Weil wir ja in unserer... In unserer Rüstung sind. Den Todeskrallenkram nehme ich ja mit. Und hier ist natürlich Stimpack und Munition. Munition kostet nichts. Zumindest nicht auf unserer Schwierigkeitsstufe. Wir könnten auch einfach, wenn wir wollten, auf Hardcore stellen. Da ist es halt dann aber... Na, wie der Name schon sagt, echt Hardcore. Ich würde sagen, das muss jetzt nicht zwingend sein. Weil das sonst vielleicht in zu starkem Geschwitze ausartet. Und dieses... Dieses Chillige, der nicht mehr mit dabei ist. Ich gucke noch kurz da hinten, ob die Stimpacks haben. Das hat die gar nicht zerlegt, das wundert mich. Ich bin mit der Minigun draufgerockt und die stehen einfach noch da. Und andere haben wir irgendwie leicht berührt oder angehustet. Und die zerspringen einfach. Naja, so erst ist es halt, ne? So, was denn... Ja, fuck, ich habe irgendwas anderes aufgehoben. Wir könnten jetzt auch hier runter und dann... Wo geht es denn da nochmal her? In irgendeinem Schacht. Ah, okay, da... Ist so ein Zugang. Aber... Fürs erste Mal nicht. Denn ich will, dass wir den nächsten Schritt erreichen. Wenn wir nämlich gleich... Ihr seht ja, was da gleich passiert. Das weiß ich noch. So, come it, dog meat. Kann ich jetzt schon direkt von hier unten hochrufen? Ach, der ist gar nicht mehr draußen. Ist schon wieder reingegangen. Wahrscheinlich. Wir sind mir einfach zu kalt. Naja, komm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aussteigen muss. Oder ob ich mit diesem riesigen Anzug einfach überall durchrennen kann. Ich glaube, das macht einen schon deutlich größer. Man hat es ja auch gesehen beim reinsteigen, dass es echt ein fetter Orschi ist. Aber ja, mal gucken. Was gab es denn noch? Ach so, ja, die Mods. Ach, die sind hier unten. Sehr gut. Wir machen mal kurz noch das Gespräch hier. So, Preston. Entschuldigung. Hey, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ajo, ajo, alles okay. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen... Ich hab nichts gemacht. ...hast du etwas über die Minutemen gefragt. Der Föck? Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Dankeschön. Und was jetzt? Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Das ist mein Haus, boy. Okay, Gavi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Woher weißt du das denn? Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Nö. Er lebt. Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren. Seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Okay. Das große grüne Juwel, das Commonwealth, Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Ja gut. Äh, 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 du bist nützlos. Oh shit. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. So eine Junkie-Tante. Dieser Mist hat sich dich noch um... Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als was hier, denn entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. So. Wir müssen gehen. Okay. To tune. Bezüglich Mods, ich habe mir die Mods angeschaut, die ihr vorgeschlagen habt. Und da hat mir am besten natürlich dieser Landscape-Modus gefallen von Vivid oder irgendwie so. Aber ich konnte es hier in diesem Mod-Menü nicht finden. Da müssen wir nochmal sagen, ob es dafür einen gewissen Mod-Loader gibt, oder ob ich es jetzt nochmal genauer suchen muss. Oder wie auch immer. Aber ich konnte es nicht auf Anhieb finden. Vivid eingegeben bei der Suche und da kam nichts. Landscape, da kam nichts. Bei Land kamen dann ultra viele gefundene Dinge, aber nicht das, was wir da haben wollen. Und ja, die anderen Sachen sind da eher auf die Siedlungen bezogen, die vorgeschlagen wurden. Und da weiß ich nicht, ob wir da dann überhaupt großartig was brauchen oder installieren sollen. Also. Es geht... Welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Mhm. Genau. Es geht nach Hause. Auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dich zusammen. Machen wir uns auf den Weg. Achso. Wir könnten jetzt einfach mitgehen. Oh. Der Fusionskind ist fast leer. Shit. Ja, da unten sieht man es nicht. Hier links neben der Ammo-Anzeige. Dieses kleine Teil, wo Core drin steht. Da ist nicht mehr viel. Ach genau, Vets. Hey, warte mal. Ich habe das Vets noch gar nicht genutzt. Wo ist denn das? Wartet mal. Das ist halt eine der geilsten Sachen an Fallout. Das ist das Kampfsystem. Und ich nutze es nicht. Bin ich durchgepeitscht, oder was? Auf Kuh. Shit. Kann ich das hier so zeigen, ja. Das hier ist Vets. Da kann man dann anklicken, wohin man schießen möchte. Und, ähm, ja, es knüpft halt eben an die Vergangenheit von Fallout an. Das war halt früher eine rundenbasierte Geschichte. Und, ähm, ja. Und das kann man nach wie vor so spielen. Das ist schon echt eine coole Sache. Wenn du mit vielen Gegnern zu tun hast, kannst du einfach deinen Vets anmachen und die einzeln auswählen. Also auch durchschalten und mit deinen Aktionspunkten, die du hast, äh, durchgehen. Und die halt, ja, dann eliminieren Stück für Stück. Ich zeige euch das gleich mal anhand von diversen Gegnern. Ich reise jetzt mal schnell nach Sanctuary. Ich weiß nicht, ob die dann direkt mitkommen. Wahrscheinlich nicht. Die laufen ziemlich, ähm, nicht realtime-mäßig mit. Aber diese Zeit, die vergeht, die ich brauche hier, um da hinzuspringen. In der Zeit laufen sie auch. Wenn man die Zeit nicht ausreicht, sind sie noch irgendwo zwischendrin. Und laufen da, dödeln da rum. Gucken mal. Guck auf die Karte. Da unten. Die sind schon bei der Red Rocket, äh, Geschichte. Das heißt, ich, ich stelle mal kurz die Rüstung ab. Bin dann eh erst mal voll. Guck mal, äh, so. Aussteigen. Da bin ich wahrscheinlich zu schwer, um schnell zu laufen. Was aber nichts ausmacht. Denn ich bin ja gleich hier an unserer roten Geschichte. Halt. Das ist falsch gewesen. Escape. Transfer. Und dann auf T. Und schon sind wir, oh, immer noch überfüllt. Macht aber nichts. Denn wir können jetzt aus den Sachen, die wir nicht brauchen, halt, 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 halt. Ich bin hier falsch. Hier, wir können sie nämlich auch einfach verwerten. Die Sachen, die wir mehrfach haben. Zum Beispiel die Automatikpistole. Aber eigentlich können wir die auch komplett verwerten. Die brauchen wir jetzt ja gar nicht. Die ist sehr ultraschwach. Aber wenn das die einzige ist, die die 38er schießt, ne, ich guck, also ich, ich achte immer darauf, dass ich einfach, ähm, mindestens eine Waffe habe für jeden Munitions-Typ. Und manchmal die, ne, eine Automatikpistole ist natürlich cool. Wir können ja erstmal von jeder, von jeder Waffe eine Geschichte, außer vom Kreuz, Kreuzschlüssel, Leute, mal springen, ne, so, 12. Äh, ich meine, Kreuzschlüssel, äh, ja doch, 19. Aha, aha. Schlagstock 17. Ich glaube, wir werden einige, oh, 33. Alles klar, ich verstehe schon. Gut, gut. Das Improgewehr, äh, Improautomatikpistole mit Bayonett. Okay. Krasser Scheiß, Mann. Was wir ja alles dabei haben. Revolver, Gewehr, what? Äh, okay. Wir haben doch ziemlich viel am Start. Ihr könnt übrigens auch gerne, ähm, Namen vorschlagen, ne, für alle möglichen Waffen, wie wir die Minigun nennen sollen, wie wir dies und das nennen sollen, könnt ihr gerne alles vorschlagen. Ich mach den Kreuzschlüssel weg, weil wir haben ja jetzt einen mit einer, mit einer Klinge drin. Und da fällt mir ein, wir können auch, ich weiß nicht, ob wir die Minigun überhaupt mitnehmen sollen, könnten wir auch dann direkt ablegen. Oder wir können auch direkt ein paar Waffen ablegen. Ja, hier steht jetzt nicht dabei, was besser ist, ne. Das müssen wir doch hier im Inventar machen. Also, um generell zu gucken, ob wir nicht was anziehen könnten, was stärker ist. Hier, das ist natürlich nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben im Moment die Lederkombi, oder? Ist das jetzt das? Nein, das ist nicht das. Ah, shit. Ja, das ist dann das hier unten, das Radarleder. Das ist, das könnte ruhig auch so blinken. Ein H nicht haben wir hier unten, ja. Oh, was haben wir denn da? Ah, das ist die, die Rüstung an sich, die wir, warum, warum haben wir denn jetzt diesen Arm mit dabei eigentlich, hä? Der wiegt nichts, wir haben ihn einfach mit dabei. Naja. Raus aus der Schose und die Sachen verjückeln, die wir nicht brauchen, so. Ja, die hau ich auch, also die verwerte ich einfach alle. Und dann sind sie, ich glaube, dann sind sie erstmal, können wir den jetzt noch anziehen? Dann sind sie erstmal in unserem Inventar und dann können wir sie aber wieder als Schrott ablegen. Können wir die nicht anziehen? So, ja. Ach so, ja, die Lederkombi ist das, was das ersetzt. Natürlich ist der Wallanzug deutlich besser wie so eine verschissene Lederkombi. Und warum konnte ich die Lederkombi jetzt eben nicht hier verwerten? Ist die einfach nicht, die ist, die taucht hier halt einfach nicht auf. Die kann man dann entweder wegschmeißen oder verkaufen. Je nachdem, wie voll wir sind. Ach ja, da ist noch ziemlich viel Platz. Kann man die auch einfach mal behalten. Wobei wir jetzt, glaube ich, gerade keinen Händler in der Nähe haben. Das hier soll die Waffenkiste sein. Der Armeehelm ist auch nicht aufgetaucht. Naja. So, Waffen. 38er. Ich denke, ich lege auf jeden Fall mal die Dinge ab. Diese Automatik. Ich weiß nicht, warum wir eine Automatikpistole. Sowas kann schon irgendwie lustig sein, aber. Also wir haben ja unser Schlag- und Stechwerkzeug. Das Messer. Können wir eigentlich auch wegkloppen dann noch. Ja, das Messer machen wir auch noch weg. Das ist dann sonst einfach zu viel. Guck mal, die hat 10. Wer hat 28? Was hat die hier unten? 34. Was stehe ich hier eigentlich um? Ich würde hier maximal die Minigun reinhauen. Weil ich denke, dass die... Ja, die ist halt sauschwer. Und ich glaube nicht, dass wir diese Feuerkraft brauchen. Und ihr könnt euch dann, wie gesagt, grundsätzlich gegen oder gegen solche Entscheidungen wehren. Oder solche Entscheidungen gutheißen. So wie ihr eben wollt. Nur weil ich da was weglege, muss es nicht heißen, dass die jetzt für immer weg ist. Ihr könnt da gerne natürlich auch mitwursten. Ja, ich werde das jetzt mal so lassen. Und noch kurz diese improvisierte Kackwaffe da wegloppen. Hier die Impro-Automatik-Pistole. Wir haben ja die andere. Und die Impro-Pistole mache ich auch weg. Denn wir haben ja dann das Impro-Gewehr, das 38er verbraucht. Und die Automatik-Pistole. Genau. Das mache ich. Das mache ich die noch weg. Und das Knife mache ich auch weg. Und jetzt kann ich direkt gucken oder feststellen, ob wir diesen Schrott jetzt intus haben. Ja. Haben wir. Okay, aber jetzt ist alles hier weggelegt. Und wir haben wieder schön viel Platz, um Zeug aufzubewahren. Klamottentechnisch ist das halt noch was mit dabei. Aber wir hoffen einfach mal darauf, dass wir einen Händler finden. Mal gucken. Die anderen kommen jetzt gerade da hinten. Man sieht es auf der Karte. Da sind sie. Na egal, na. Wo ist denn der... Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt alle gestorben oder was? Wo ist denn der Räsch? Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Und sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du? Ah, jo. Ich habe hier gelebt. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Hm. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann. Wie einer dieser alten Vorkriegsskuhle. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ja, mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja. Ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja, natürlich. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Juhu. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Krass, das hat aber jetzt echt... Wir sollten in Bewegung bleiben. Nicht gut, wenn die Raider kommen und wir festsitzen. Marcy. Marcy. Chill mal einfach jetzt in der Unterwäsche, okay? Ich baue euch hier so ein krasses Lager hin. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie krass das wäre. Dann mal Sturges, wo bist du, du alter Coatsammler? Hier hinten irgendwo. Stuntjes. Da steht er doch, hä? Wo zeigt uns das Quest-Tembrunnen? Ja, natürlich. Ich höre gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Läuft bei mir. Es läuft doch bei mir. Mensch, direkt mal speichern, so gut läuft es. Zack. Zack. Also wir müssen, man hat es ja eben gesehen, in den Quests, das ist nicht die Quests, äh, äh, ja. Baugeschützte Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary. Wir können übrigens die Quests alle aktivieren. Dann haben wir verschiedene Quest-Items oder, äh, Quest-Marker da unten stehen. Natürlich will ich nicht, dass die Bagage hier bei mir pennt oder doch. Da ist ja, hier ist ja mein krasses Zimmer, ne? Da muss ich dann noch eine Tür oder sowas reinmachen. Ähm. So, wir gehen in den Baumodus. Und werden die Folge hier mal beenden. Ich wurde gefragt, ob ich nicht auch, äh, Folgen machen kann, die eine Stunde lang sind. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss, also ihr wisst ja, dieses ganze Projekt ist extrem lässig. Es bedeutet für mich wirklich so gut wie keinen Aufwand. Das will ich ganz offen und ehrlich sagen, ja. Deswegen können solche Forderungen gerne kommen. Und deswegen schaue ich auch gar nicht so arg auf die, auf die Leistung dieser ganzen Geschichten. Also Klicks, Likes, Kommentare und so weiter. Obwohl mich das, also es hat mich jetzt schon überrascht. Das lief so gut. Die erste Folge, erste Folgen laufen eigentlich grundsätzlich gut. Und dann nimmt es immer extrem ab. Das wird hier auch sein. Ähm. Aber es lief trotzdem deutlich, deutlich besser als erwartet. Sehr viele haben sich gefreut und sagen, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Was mich natürlich auch sehr freut. Und ich kann auf solche Wünsche schon eingehen. Eine Stunde ist aber vielleicht doch einfach zu extrem. Da ist dann halt eine Folge 30 Gigabyte groß oder so. Und das muss ich ja erstmal hochladen. Ich habe zwar ganz gutes Internet, aber ihr könnt euch vorstellen, 30 Gigabyte, das ist schon irgendwie hart. Und ich habe ja noch alle anderen Sachen, die hochgeladen werden wollen. Und auch von der Zeit her ist es natürlich dann auch wieder was anderes, wenn jede Folge 60 Minuten lang ist. Und ja, so kann ich halt dann in einer Stunde auch nur eine einzige Folge für einen einzigen Tag hochladen. Und ich habe vorhin schon großkürzlich gesagt, ich gucke, dass jeden Tag eine Folge kommt. Vielleicht sogar mal zwei an einem Tag. Und dann ist es natürlich, ja, ich denke, das ist, da kommt man dann einfach wieder die Grenzen der Zeit, was einfach so geht. Es ist ja noch alles andere da. Das ist ja ein Zusatzprojekt. Und noch ganz, ganz hinten steht natürlich auch an, wenn ich jetzt bei der Zuschauerbindung sehe, dass die Folgen immer nur zu drei Minuten geschaut werden, dann brauche ich keine 60 Minuten Folgen zu machen. Also das ist verständlich, denke ich. Aber ich glaube, mit 30 Minuten sind wir wahrscheinlich eh ziemlich gut schon am Start. Ich war mir mal ein bisschen frei. Die dürfen jetzt halt doch hier pennen. Ach, jetzt habe ich den Sitz da weggeräumt. Eigentlich hätte ich den lassen können. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es so läuft. Und ich werde jetzt erstmal bei den 30 Minuten bleiben. Und jetzt aber mal hier die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.